Musik Wir sind heute hier, weil wir innovative Ideen für das Gesundheitswesen, für die Patientenversorgung nach Oldenburg holen wollen und hier entwickeln wollen. Zwölf Teams arbeiten an Herausforderungen, die im Gesundheitswesen sind und werden diese vor der Jury pitchen und tolle Gewinne erzielen. Das Besondere an dieser Veranstaltung ist der Gründergeist, der bei diesen zwei Tagen geweckt wird, um tolle Lösungsansätze für Problemstellungen im Gesundheitswesen zu entwickeln. Und das ist hier vor Ort spürbar, hier ist eine super Energie, ganz viel Kreativität. Der Hackathon bringt junge Menschen zusammen, die miteinander interdisziplinär arbeiten, miteinander sich vernetzen und neue Ideen entwickeln. Und das in sehr kurzer Zeit, was dazu führt, dass sie ganz neue Denkansätze verfolgen, die es vorher noch nicht gab. Musik Also wir sind einer der Hauptfonsoren der Veranstaltung und wir unterstützen das Ganze, um einfach die Digitalisierung im Gesundheitswesen weiter voranzutreiben. Wir unterstützen das Ganze, weil uns die Region am Herzen liegt. Als Hersteller sind wir international unterwegs, aber auch die Region. Ich persönlich komme hier aus der Region, deswegen spielt das für mich eine besondere Rolle. Wir finden die Möglichkeiten der Innovation für das Gesundheitswesen extrem wertvoll und wir unterstützen schon seit Längerem die Digitalisierung im Gesundheitswesen und damit auch die Use Cases und die Entwicklung in diesem Bereich. Musik Man hat wirklich Erfindungen, die dabei hervorkommen und wir arbeiten hier an zwei Tagen daran, diese Erfindungen zu verbessern oder halt auch neue Ideen zu schaffen. Ich würde den Hackathon weiterempfehlen, weil man einfach so ein bisschen über sich selber hinausgeht, über seinen Horizont hinausdenkt, weil man auch mal ganz andere Meinungen sich anhört und auch ganz andere Meinungen trifft. Das Besondere am Hackathon für mich ist, dass so viele verschiedene Fachbereiche zusammenkommen und dass man mit diesen ganzen Fachbereichen, mit denen man sonst überhaupt gar keinen Kontakt hat, so intensiv in Berührung kommt, wie man das sonst nirgendwo schafft. Am besten gefallen hat mir einfach die ganzen Ideen, die auch von den anderen Teams kommen. Das hat mich total inspiriert und mitgenommen und dass wir in so kurzer Zeit so tolle Lösungen finden können für Probleme. Musik Mein Wunsch für die Zukunft ist, dass wir den Hackathon immer weiterführen, dass er eine große Veranstaltung wird und sich etabliert hier in Oldenburg. Ebenso wünsche ich mir, dass eine Idee mindestens zum Fliegen kommt und umgesetzt wird. Genau, das Thema soziale Innovation ist super wichtig für die Gesellschaft. Wir tragen dazu ein kleines bisschen bei und das macht uns stolz und das soll natürlich weitergehen. Musik 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 Musik